Ich bekomme ganz, ganz häufig die Frage gestellt, wie teuer ist das Leben in Panama? Und darauf wollte ich heute mal eingehen, anhand von unseren Kosten. Natürlich sind Kosten sehr, sehr individuell. Jeder Mensch hat unterschiedliche Ausgaben, jeder Mensch legt auf unterschiedliche Dinge Wert, hat andere Bedürfnisse, hat eine andere Familienkonstellation und, und, und. Aber ich denke, anhand von unseren Kosten könnt ihr euch so einen groben Überblick machen. Ich würde sagen, starten wir direkt mal. Hallo ihr Lieben und voll schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen YouTube-Video. Ich bin Christina und ich wohne in Panama und ich sitze hier gerade am Panama-Kanal, hier im Hintergrund. Und ich hoffe, das Wellenrauschen ist jetzt nicht zu laut, bzw. Menschen, die vielleicht hier vorbeikommen können, weil es ist Sonntag, es ist Nachmittag und hier sind schon einige Fußgänger unterwegs. Dann starten wir mal mit den Fixkosten. Wir mieten eine Wohnung in Panama City. Bei den Mieten ist es so, Panama City ist, was so den Wohnraum angeht, in Panama am teuersten. Und da kommt es auch wieder so drauf an, in welcher Gegend wohnt man. Zum Beispiel die Area Avenida Balboa, Punta Pazifica, Paitia, die sind eher teurer. Dann gibt es halt ein paar andere Gebiete, die sind ein bisschen günstiger oder noch ein bisschen weiter weg, wird es halt immer günstiger. Und genauso ist es halt auch außerhalb der Stadt. Es gibt halt Gegenden, wo ganz viele Experts wohnen. Da ist es wahrscheinlich teurer als Gegenden, wo nicht so viele Experts wohnen. Grundsätzlich kann man sagen, Panama City ist so, was den Wohnraum angeht, am teuersten. Also was so jetzt Panama insgesamt angeht. Wobei Bocas del Toro könnte auch schon teuer sein, beziehungsweise Venau. Das sind halt auch so sehr beliebte Orte zum Leben. Und ich habe gehört, Venau soll jetzt sehr, sehr angezogen haben, was so die Preise angehen. Da müsstet ihr euch dann einfach mal schlau machen, an entsprechenden Seiten, was so Wohnungen zum Mieten oder Kaufen in den Gegenden kosten. Wir wohnen an der Avenida Balboa. Das heißt, die Wohngegend, wo wir wohnen, ist ein bisschen teurer als andere Wohngegenden. Uns ist das sehr bewusst und wir könnten wahrscheinlich, wenn wir einfach mit dem Auto 10 Minuten weiter rausfahren würden, deutlich günstiger wohnen. Aber wir haben gesagt, als wir noch in Deutschland gelebt haben, wir wollen unbedingt eine Wohnung mit mehr Blick haben. Und das war uns sehr, sehr wichtig. Deswegen nehmen wir diesen höheren Preis auch in Kauf, weil wir wollten das einfach. Und für uns ist das Lebensqualität und dafür zahlen wir dann auch. Unsere Wohnung ist eine Drei-Zimmer-Wohnung, obwohl in Panama sind es zwei Zimmer. Denn das Wohnzimmer wird nicht als Zimmer gerechnet, sondern wirklich nur Schlafzimmer. Wir haben ein Schlafzimmer, wo wir auch drin schlafen und das zweite Schlafzimmer, welches wir als Büro nutzen. Unsere Wohnung ist laut Vertrag 170 Quadratmeter groß, was aber nicht stimmen kann. Also was das angeht, muss man immer aufpassen, was sie dann in den Vertrag reinschreiben, weil das kommt oft wirklich nicht hin. Unsere Wohnung wird eher so zwischen 130 und 145 Quadratmeter liegen. Aber man muss sich dann einfach die Wohnung anschauen. Gefällt sie einem? Gefällt einem der Preis? Dementsprechend nimmt man die und wenn nicht, dann nicht. Ich habe ganz oft mitbekommen, dass einige dann sehr deutsch sind und dann so drauf beharren und sagen, hey, der Quadratmeterpreis, der passt ja gar nicht, weil die Wohnung ist ja gar nicht so groß und so weiter und so fort. Diese Diskussion könnte zwar führen, es bringt aber nichts. Am Ende ist die Wohnung so, wie sie ist und der Preis so, wie er ist, der ist natürlich auch verhandelbar. Aber nehmt die Wohnung oder halt nicht. Unsere Wohnung ist komplett möbliert, das heißt, alle Möbelstücke, die da drin sind, gehören dem Vermieter und der vermietet diese eben mit den Möbeln. Und dann gibt es ja auch noch eine Social Area, die zu der Wohnung gehört. Eine Roomtour dazu hatte ich schon mal gemacht, da könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Aber hier ein ganz kurzer Einblick, was alles dazu gehört. Wir zahlen dafür nicht extra, wir können alles kostenfrei nutzen. Unsere Wohnung kostet 1800 US-Dollar im Monat. Plus wir zahlen 50 für den zweiten Stellplatz. Wir haben einen Stellplatz auch für unsere Wohnung, nur dieser Stellplatz ist von unserem Motorrad belegt. Mein Mann hat ein Motorrad, ich selber fahre nicht, aber wir mussten auch zusätzlich noch einen Stellplatz anmieten. Die Nebenkosten, also Warmwasser und Gas, ist auch mit in der Miete mit drin. In Panama ist es sehr häufig so, dass es keine gesonderte Abrechnung gibt. Also so wie man das in Deutschland kennt, dass am Ende des Monats, ich meine Ende des Jahres, abgerechnet wird und geguckt wird, wie war so der Verbrauch. Das ist hier sehr, sehr unüblich und bei uns zum Beispiel gibt es das halt auch nicht. Wir zahlen unsere Miete und dies inklusive Nebenkosten, inklusive WLAN. Dazu komme ich aber später nochmal. Und wir zahlen quasi nur noch den Strom extra. Wir zahlen 27 Cent pro Kilowattstunde. Im Monat kommen wir da auf 120 US-Dollar, denn wir haben zwar keine Heizkosten, aber unsere Klimaanlage läuft ja das ganze Jahr und die läuft mit Strom. Ich glaube, wir haben eine Klimaanlage von unseren dreien auf jeden Fall durchgehend an. Das heißt, ja, die Klimaanlage läuft eigentlich den ganzen Tag und jeden Tag. Ganz, ganz selten läuft sie halt nicht, wenn es irgendwie kühler draußen ist und wir einfach die Fenster öffnen. Aber die meiste Zeit läuft sie und deswegen sind die Stromkosten auch etwas höher. Und da liegen wir bei 120 US-Dollar im Monat. In unserer Miete ist auch Internet vorhanden, aber wir zahlen Internet extra, weil uns war das Internet zu schwach. Wir beide arbeiten von zu Hause aus, das heißt, wir brauchen schnelles Internet. Internet, der Upload und der Download sollte sehr gut sein und deswegen haben wir gesagt, okay, wir kommen damit nicht zurecht, was der Vermieter uns stellt. Wir buchen da was extra zu und zahlen dafür 50 Dollar im Monat. In unserer alten Wohnung beispielsweise hatten wir keinen Extravertrag abgeschlossen. Da war das WLAN, das der Vermieter gestellt hat, ausreichend, aber in der aktuellen Wohnung war es halt einfach zu schwach und dementsprechend haben wir da nachgerüstet. Zusätzlich zum WLAN kommen auch monatlich VPN-Kosten dazu. Ich arbeite grundsätzlich im Homeoffice, aber ganz, ganz häufig arbeite ich auch im Café, also in einem öffentlichen WLAN. Und um mich da einfach zu schützen, nutze ich da eben VPN. Und das kostet dann im Monat 3 Euro oder 3 US-Dollar. Eins von beiden. Beim Thema Internet haben wir auch noch Internetkosten für unser Handy. Wir beide zahlen 20 im Monat für Datenvolumen ohne Limit und ich finde, das ist eigentlich ein fairer Preis. Wir zahlen wirklich 20 US-Dollar pro Monat und können so viel surfen, wie wir wollen. Und wenn mal das WLAN ausfällt, was ab und zu mal passiert, dann ist es super praktisch, weil wir eben einen anderen Anbieter haben als unser WLAN und können dann einfach mit dem Hotspot trotzdem weiter arbeiten. Wir haben ein Auto und ein Motorrad. Und ja, unser Auto ist schon sehr kostspielig. Also wir zahlen so im Monat an Maintenance ungefähr 100 US-Dollar. Also an unserem Auto ist immer irgendwas. Unser Auto ist ständig in der Werkstatt oder braucht irgendwas. Dann ist es auch so, dass der Verschleiß in Panama auch viel höher ist als beispielsweise in Deutschland aufgrund des Wetters. Es ist hier halt extrem feucht. Also die Luftfeuchtigkeit ist sehr, sehr hoch. Ja, und die Straßen sind hier jetzt auch nicht so gut wie in Deutschland. Du hast halt sehr, sehr viele Schlaglöcher und, und, und. Und wir zahlen eben an Maintenance wirklich 100 US-Dollar im Durchschnitt. Das Motorrad ist deutlich günstiger. Und dazu kommt dann auch noch Sprit. Die Spritpreise in Panama sind deutlich günstiger als in Deutschland. Wir zahlen so um die 100 US-Dollar fürs Tanken, sei es jetzt fürs Motorrad als auch fürs Auto. Also insgesamt 100 US-Dollar ungefähr im Durchschnitt. Das liegt einfach daran, dass wir hauptsächlich in der Stadt fahren und in der Stadt schluckt unser Auto 30 Liter. Wenn wir außerhalb der Stadt mal zum Strand oder so fahren, dann ist es halt durchschnittlich weniger. Aber innerhalb der Stadt mit Stop and Go sind es halt echt schon so 30 Liter. Gott sei Dank ist der Spritpreis in Panama günstig, weil ansonsten, ja, wäre es schon echt teuer. Thema Steuern fürs Auto ist auch viel einfacher gehandhabt in Panama als jetzt in Deutschland. Da ist es einfach so, hast du ein Auto, zahlst du 29 im Jahr. Hast du ein Auto mit 4-Wheel-Drive, zahlst du 44 im Jahr. Hast du ein Motorrad, zahlst du, glaube ich, 18 oder so im Jahr. Also zahlen wir für beides im Jahr 60 US-Dollar, roundabout. Mein Mann wusste jetzt nicht ganz genau, was das Motorrad kostet, aber ich glaube, das waren so 18 oder 19 oder 20, also wirklich nicht mehr. Dann kommen auch noch Mautgebühren dazu. In Panama gibt es so private Autobahnen, wo man eben so eine Mautgebühr zahlen muss, wenn man zum Beispiel zum Flughafen fährt, da zahlt man dann eine Gebühr. Wir fahren immer tatsächlich gar nicht so häufig über diese Mautstraßen. Ich habe mal so hochgerechnet, das werden wahrscheinlich so 5 Dollar im Monat sein, maximal 10, aber wir fahren da wirklich nicht so häufig lang. Wir hatten uns aber mal eine Wohnung angeschaut, die ja in einer Gegend ist, wo es einfach sehr bequem wäre, immer die Mautstraße zu nutzen, um dann schneller im Stadtzentrum zu sein, beziehungsweise das war jetzt nicht ganz so weit und das wäre, glaube ich, auch nur eine Fahrt von 2-3 Minuten über diese Mautstraße, aber die Kosten wären trotzdem da und das müsste man dann auch mit bedenken, wenn man zum Beispiel so eine Wohnung mietet, dass dann im Monat einiges dazu kommt, weil wenn man da wirklich jeden Tag mehrfach lang fährt, läppert sich das natürlich. Dann kommt auch noch Uber dazu. Wir nutzen ganz, ganz häufig Uber, das ist quasi wie ein Taxi, nur eben über eine App und das sind dann halt private Fahrer, die von A nach B fahren. Das nutzen wir tatsächlich auch relativ häufig, obwohl wir ein Auto haben und obwohl wir ein Motorrad haben, einfach weil, ja, da wo wir hinwollen, gibt es keine Parkplätze oder da wäre das Parken einfach teurer, als wenn wir mit dem Uber fahren würden oder aber, wenn wir eine Bar fahren und dann was trinken möchten und dann nicht wieder zurückfahren wollen. Was auch immer, Uber fahren ist wirklich relativ günstig in Panama, also im Vergleich zu Deutschland, also Taxi in Deutschland, zahlt man wahrscheinlich nur ein Drittel davon oder wirklich nur ein Bruchteil davon. Und wir haben mal so überlegt und ich glaube, wir zahlen jeder so 50 US-Dollar im Monat. Jetzt kommen wir zum Thema Sport. Mein Mann macht MMA-Training und ich spiele Volleyball. Mein Volleyball kostet im Monat 60 US-Dollar und sein Training kostet 100 US-Dollar. Ab und zu mache ich Yoga, das kostet mich dann 5 Dollar pro Stunde, die ich dann dahin gehe und Fitnessstudio können wir uns sparen, weil wir eins zu Hause haben. Für unsere beiden Katzen geben wir für Katzenstreu und Futter ungefähr 100 US-Dollar im Monat aus. Da ist es auch immer sehr unterschiedlich, weil ich probiere dann auch immer mal neue Marken aus, weil unsere beiden Katzen sind halt auch so krasse Picky-Eater, da muss ich immer ein bisschen gucken und dann ist manchmal ein Futter viel, viel teurer, als ich davor gekauft habe. Und aktuell zum Beispiel kaufen wir auch spezielles Futter beim Tierarzt, also das ist halt immer sehr unterschiedlich. Genauso beim Katzenstreu, manchmal kaufe ich das sehr günstig, weil es im Angebot ist, manchmal zahle ich den normalen Preis, aber so im Durchschnitt sind es schon so 100 US-Dollar im Monat. Dann kommen zu unseren monatlichen Kosten natürlich auch die Krankenversicherung. Wir haben eine internationale Krankenversicherung. Es gibt natürlich auch Krankenversicherungen in Panama. Ich müsste mal die Tarife vergleichen, denn meine Freundin ist bei einer panamaschen Versicherung versichert und sie ist auch super zufrieden damit und ich habe mir gedacht, ich will mal die Preise vergleichen, aber aktuell zahlen wir mit unserer internationalen Krankenversicherung knapp 700 Euro im Monat. Wir sind super zufrieden mit der Versicherung, auch wenn sie etwas teurer ist im Vergleich zu anderen, aber wir haben bis jetzt nur gute Erfahrungen damit gemacht. Wir wissen, wir sind sehr gut versichert im Falle eines Falles. Dann kommen wir zu den Lebensmittelkosten. Ich habe so überlegt, wie viel wir so im Durchschnitt bezahlen und man kann schon so sagen, dass wir 100 pro Woche an Lebensmitteln ausgeben, also 400 im Monat. Kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Manchmal haben wir phasenweise, wo wir einfach super häufig auswärts essen oder öfter Essen bestellen und weniger selber kochen. Manchmal kochen wir dann wieder viel, viel mehr. Das ist dann halt immer sehr unterschiedlich, aber so im Durchschnitt kann man schon sagen, dass wir so 100 pro Woche ausgeben. Ich zeige euch jetzt mal, was Lebensmittel oder generell Einkäufe in Panama kosten. Und wir fahren als erstes in einen Obst- und Gemüsemarkt, danach in einen Großhandel und falls wir noch was brauchen, in einen regulären Supermarkt. Restaurantbesuche sind in Panama sehr ähnlich zu Deutschland. Man kann hier natürlich sehr, sehr günstig essen gehen. Man kann hier normal essen gehen. Man kann aber auch sehr teuer essen gehen. Und da ist es auch wieder sehr individuell. Aber da kann man sich schon sehr gut an deutschen Preisen orientieren. So, und dann sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, ich habe keine Ausgabe vergessen. Sollte ich irgendwas vergessen haben, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann auch sehr, sehr gerne rein in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, folgt mir auch sehr gerne auf TikTok und auch auf Instagram. Auf TikTok bin ich sehr, sehr aktiv. Also da nehme ich euch sehr gerne mit in meinen Alltag. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!